Jetzt habe ich dir ein ganz besonderes Beispiel rausgesucht. Du sollst hier üben. Erstmal ist klar, aus Differenzen und Summen darfst du nicht einfach kürzen, sondern über die Regel, dass du etwas ausklammern kannst. Da es aber auch überall auszuklammern sein muss, gehen wir jetzt schrittweise vor. 4, 12, 6. Da bleibt uns leider nichts anderes übrig, da ist nur die 2 auszuklammern. p², aber hier kommt es ohne Quadrat vor, also p, q, a. Das heißt also, mehr haben wir hier oben nicht gemeinsam. Jetzt schreiben wir in die Klammer 2pq r minus 6 plus, jetzt pass auf, 3p, ein r ist weg, q, Klammer zu. So, wenn das Sinn machen soll, dass wir etwas kürzen, und zwar diesen Faktor, der jetzt vor der Klammer steht, dann versucht man denselben auch zu nehmen. Wir schauen uns jetzt an, ob wir diesen Faktor auch vor die Klammer ziehen können und stellen fest, 2 geht in jedem Falle auch, p, q auch, aber das r nicht. Das heißt also, wir können zwar 2pq ausklammern, aber das r ist nicht in jedem Summand enthalten. 9r bleibt in der Klammer, minus 12q plus 3r. Das heißt, wenn du jetzt kürzen würdest, dürftest du nur die 2 kürzen, das p kürzen und das q. Dieses r bleibt also dort oben enthalten. Im Nenner könntest du dir noch vereinfacht vorstellen, dass man dieses 9r zum 3r dazu zählt. es bleibt also r mal durch 12r minus 12q. Wenn du es dir jetzt anschaut,